liebe youtube freunde ich gebe mich mal jetzt preis wenn ihr mich sehen wollt zu solchen landwirtschafts treffen werde ich nach wie vor immer so auftreten also eine hose wird gewechselt das ist klar aber eben eine kappe mit deutsch ansonsten sehen wir uns später wieder ich bin zu einem treffen schauen wir ich bin hier landmaschinen ausstellung im frühling ein zwei traktoren und ein zwei videos habt ihr schon mal gesehen vergangene woche diese woche jetzt offiziell eröffnung oder offiziell offen hat ein bisschen mehr da wie ihr seht kaiserwetter ist auch vorhanden richtig schön ansonsten gibt es da nicht viel dazu zu sagen dann schauen wir uns doch mal die einzelnen gerätschaften an wer sich damit auskennt dem muss ich nicht viel erklären die okkassions fahrzeuge da kann dann auch jeder selbst anrufen bei den leuten mehr interesse dran hat so 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 Gibt das jetzt einen YouTube-Zuhl, oder was? Jawohl! Hä? Jawohl! Ja! Jawohl! Ist das verboten, da in der Schweiz? Hä? Ist das verboten, da in der Schweiz? Nein, nein, aber doch gerade. Ein bisschen verbig muss auch sein über die Welt, oder? Ja. 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 Ja, jetzt habe ich mich gerade mit jemandem unterhalten, der auch ein bisschen Deutschland kennt, bzw. Ostdeutschland, wo ich herkomme. Naja. Ja, wir haben einen fast perfekt hergerichteten International. Aber er schaut, seine Augen wimpern, schauen ein bisschen traurig rein, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das Tagesfahrlicht. Ansonsten sieht er gar nicht so schlecht aus, der International. Da oben ein bisschen, ja, ist ein bisschen auf Show getrimmt, diese Essen hier. Gut, über die Essen kann man sich streiten. Nicht mein Geschmack. Ich halte nicht allzu wahnsinnig viel von diesem Edelstahl-Essen. Die anderen finden es cool und schön. Für mich ist das, so ein schwarzes Rohr, cool und schön, das Original. Aber ja, voilà. Gut. Hier haben wir den nächsten Obgassionstraktor. Jetzt nochmal ein bisschen was. wie gesagt occasions traktoren hier da kann jeder selbst anrufen bei der gute ins interesse besteht ich würde sagen die geben auch auskunft da kann jeder selbst schauen ich würde sagen wird man ein bisschen die zugteichsel spektakulär abgeändert ich weiß da nicht ob das so hält aber wahrscheinlich gilt ist würde ich jetzt präzis wieder zurück bauen aber es ist nicht meine niederdruck meine hochdruck presse ja Vielen Dank. Vielen Dank. So, so aufgebockt wie dieser Bergungswagen, Ladewagenbrücke auf die Füße und dann fährt man da im Prinzip rückwärts drunter. So, rückwärts drunter, macht die Füße nach unten und setzt das auf den Rahmen drauf vom Fahrzeug und dann hat man das schon, verbindet das alles und dann ist es schon gut. Das ist im Prinzip eine Art Schnellwechselsystem drunter und da geht das relativ flott. So, was haben wir hier für eine komische Rarität? Ein Schlepprächen, der wurde ein bisschen umgebaut. Ich würde fast behaupten, der hat früher Eisenräder drauf gehabt. Das hat man jetzt hydraulisch gemacht zum Anheben. Das hat man jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also jetzt gibt es wieder welche unter uns, die das nicht schreiben können. Das AEB. Vielen Dank. So sieht das eigentlich Meerwerk mal aus ohne Plastikschutzhaube drum rum. Ich denke, wenn man da richtig dran rummechen und doktoren will, macht man gescheiter wohl die Schutzhaube weg. Da kommt man an alles dran und sieht an alles. Okay. 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 Wir haben hier einen Bruch, das ist verdammt. Du kannst das Gleiche anziehen. Du hast aber eine gute Odenwoche. Vielen Dank. Die haben etwas Größeres hergestellt, eine 200 Eselmaschine. Er kommt aber auch wieder laut Kennzeichen aus dem deutschen Raum. Ja, da hätten wir eigentlich das Größte, so weit da drüben. Ich drücke euch jetzt nochmal gleich auf Pause, weil ich muss ein Stückchen hinterlaufen. Nein, ich lasse euch dran. Ihr könnt noch ein bisschen die Berge, halt, die Berge könnt ihr noch genießen. So. Oh. Er hat straff geladen mit seinem Streuer. So, hier haben wir noch ein bisschen kleines Werkzeug. Eben, ein paar gebrauchte Aebi, Mäher, wie ihr seht, hangtauglich, definitiv. So. 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 Ich habe mich jetzt in den kleinen Hang reingestellt. So. 7, 28. 7, 28. 8, 29. Hier haben wir einen in Orange lackierten. 8, 29. Ich muss euch ausrichten. Man sieht es nicht gut. Ich muss euch ausrichten. 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 Ich muss ausrichten. Ich muss ausrichten. Ich muss ausrichten. Ich muss ausrichten. Ich habe sehr schönes Wetter. Wie ihr seht. Schönes Wochenende. Adieu. Tschüss. 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 Tschüss.